okay wo war denn wir hatten kein geld mehr weil wir die ganzen risse schließen mussten das weiß ich noch und wir wollten da rein genau welchen Das Ding haben wir schon. Waren wir drin? Slanesh waren wir drin. Gehen wir denn jetzt rein? Dunkle Prinz, das war glaube ich Slanesh, ne? Ja. Dann gehen wir doch mal. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, muss ich zugeben. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich kenne die alle nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal rein. Lekki, man kennt es ja. Okay. Euch durch die vielfarbigen Inseln kämpft, um siegreich zur unmöglichen Festung zu gelangen. Dort wacht der Bibliothekar. Der bevorzugte den Monenprägen des Sensch. Okay. Ach Sensch, ich sage immer Sensch. Aber Sensch hört sich cool an. Äh, okay. Was ist denn das hier? Waren durch euren Weg in die unmögliche Festung und verwickelt dem Bibliothekar den begünstigten Dämonenprinz des Sensch in Einkampf. Macht von den Teleportations-Lokostellen Gebrauch, um durch das Reich der Sensch zu unmöglichen Festung zu navigieren. Jeder Lokus ist mit einer anderen Insel im Reich des Wanders verbunden. Oh Gott. Okay. Äh, die kryptischen Symbole über ihn können als Wegweiser dienen. Trödelt nicht, sonst finden womöglich andere vor euch durch das Labyrinth. Jetzt bin ich in einem Irrgarten. Ist das dein Ernst? Auf euren Irrwegen werdet ihr an unzähligen bizarren Orten gelangen, die Gaben und Angebote des Wanders bereithalten können. Die Belohnungen reichen von Verstärkung bis zur Enthüllung der Symbole über jeden Lokust. Doch verweilt nicht zu lange, denn anderen schlagen vielleicht einen direkteren Weg ein. Okay, Angriffe unausweichlich. Ähm, ja. Ja, okay. Äh. Wer bist du? Okay, der greift jetzt wahrscheinlich gleich an. Wer war da zu uns? Gruß. Okay, da kriege ich einen Bonus quasi. Ja, das, das wird ja auch Spaß. Oh Gott. Vielleicht hätte ich mir ein anderes Reich ausfugt sollen. Aber, jetzt ist es zu spät. So, Bodenbrecher. Was machen wir mit dir? Sollen wir mit dir noch eine, äh, das Turm der Qualen machen? Hör doch zu meinen, solche Dämonensteine sind. Vielleicht erklären wir denen dann einfach den Krieg. Das können wir natürlich dann auch machen. Wie ich hier überall... ...diesen blöden Verschleiß kriege, ne? Hoffen wir halt in Lagerstellung. Dann halt so. Okay. Ähm, dann. Wie wirst du ihn orientieren hier? Hatten wir unseren Wallwanst? Habe ich eigentlich gedacht, ich kann hier den Zweck abfangen, aber der ist schon weg. Das ist natürlich nur die Frage. Da kommen so ein paar Arschis. Vielleicht müssen wir da mal hoch. Vielleicht sollte ich erst mal auf Marsch gehen, damit wir ein bisschen vorankommen. Ich muss nur dran denken, dass ich es wieder weg mache, weil da kommt nämlich der Nächste. Naja. Ja, ich hab kein... Ja, das war klar, dass der uns angreift. Ich denke, vom Fleisch her kann ich was reinhauen. Das sollte alles gut reichen. Wieso seien die eigentlich alle lädiert schon? So geil hier, ne? Okay, die haben diesen komischen Kreischer da dabei. Von denen hier ganz viel verstoßen. Eine gepanzerte Raserei. Okay, da können wir die Verschlinger drauf lassen. Was ist denn das denn? Das ist immer, wenn man da steht, wenn es lädt. Das ist immer, wenn man da steht. Das ist immer, wenn man da steht. Oh, Mann. Er hat fünf Verschlinger dabei. Das ist halt schon das Schlechte, ne? Huch, die standen aber ganz schön nah hier. Leere des Lichts, was? Was ist das denn? Keine Ahnung. Ach, die sind ja meine. Die sind halt nur weiter vorne. Ich sehe leider nicht, wie der sich aufbaut. So, Augenlinie. Ganz ehrlich. So geil, wenn ihr da vorne rumhängt. Das ist an sich immer nicht so praktisch. Ja, also wir hätten hier eine Anhöhe, aber die ist nicht so geil. Was ist das da? Keine Ahnung. Ähm. Ganz ehrlich, der wird eh nicht losmarschieren. Wahrscheinlich muss eh ich wieder loslegen, weil der wieder nicht kommt. vermute ich mal ganz stark. Was seid ihr? Ah, ihr seid die Schützen. Genau, ihr seid die Schützen. Das ist natürlich geil. Moment. 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 Mein Mann irgendwie erreicht. Ja, okay, gut. Kann weitergehen. Der Papa kommt. Dann schauen wir doch mal, wie es jetzt hier abgeht. Oh, der rückt ja tatsächlich vor. Gut. Ähm, das sind diese Horror mit dem Fernkampf. Okay. Okay. Vielleicht locken wir da gleich die Dingens drauf. Die Katzis. Dann. Ist möglich. Ähm, okay. Das sind die gepanzerten. Da müssen wir auf jeden Fall dann die Verschlinger drauf. Da hat er wieder Horror. Ja, und die werden halt kritisch hier, ne? Ach, keine Ahnung. Wir probieren es einfach. Wird schon irgendwie schief gehen, ne? Irgendwann die Hüte locken. Schlinger in die Mitte zu den gepanzerten. Wir müssen den Moment abpassen, wenn es... Alter. Wer von denen schießt denn hier gerade so krass? Sind das... Nee, was ist das denn? Schau. Okay, drüben haben wir keine Flugviecher, wenn ich das richtig sehe. Oh, ich komme... Shit. Lüstungsdurchdringende Geschosse. Ja, die muss ich halt auf jeden Fall auf die gepanzerten draufhauen. Das ist denn gleich Zauber, was der gerade abführt hier. Okay, wir gehen in Angriff, weil... brauchen wir ja eh den Ansturm-Bonus. Krallscher flankieren uns jetzt erst mal. Was machen die? Oh! Ja, doch noch mehr Krallscher. Warte, die habe ich doch irgendwie jetzt doch übersehen, ne? Da sind auch nur Marse. Ich weiß nicht, dass ich da nicht alle vorziehen. Okay. Was machen die Krallscher? Ja! Dann, Melchers! Schubidubidubidubidubi. Es ist gut, dass die da rein gehen. Was sagen die mal? Hat ja gerade zu viel Damage hier. Gucken, was er da überhaupt noch mal alles kann. Äh, muss uns durchdringen, der Waffenschadenführerschaft. Muss durchdringen, der Waffenschaden noch. So. Hoch zu dem. Ich habe noch keinen Plan, wie viel da noch kommt. Wie viele Kämpfe auf uns hier auf uns warten in der Domäne, ne? Okay, der ist ja gepanzert. Egal. Nie gepanzert. Nee. Können wir mal mit vor und helfen bitte. Oh. Was da hinten ist mir gar nicht aufgefallen. Knoblaas. 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 Wie läuft es hier? Hat ein schön Verluste, ne? Ist jetzt ähm. Irgendwie doch ziemlich kacke. Keine Imposik. Wo kann man das denn drauf? Wir müssen heilen. Hallo. Wollt ihr kämpfen oder habt ihr keinen Bock? Ehrlich, Leute. Zu geil, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Domäne schaffe. Der hat aber wahnsinnig viele Leute gehabt, ne? Vielen, ey. Ich kann da was enthüllen. Ja, die Frage ist halt, wie viel bringt mir das? Und ob ich lieber auf Heilung gehen sollte, ne? Keine Ahnung, was da... Ich hab mir den Chaosreich noch überhaupt geahndet aus. Ist sowieso schwierig. Ähm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja, da sind wir klar. Die gehen jetzt alle in die Reiche darüber. Außenposten. Bist du dir da sicher, dass du das tun willst? Ah, das wurde ausgelöscht. Yeah, die Zwerge sind weg. Ich glaube, die Zwerge sind weg. Ah. Ist da. Ne, halt. Da unten. Ah, das könnt ihr jetzt sehen, okay. Cool. Angst, dass der hier weggesnackt wird. Das darf eigentlich auf jeden Fall nicht passieren. Cooles Problem. Bewusstsein. Kann ich dem vielleicht irgendwas noch geben? Dass da die Kontrolle besser wird. Wäre auch nicht schlecht. Wäre auch nicht schlecht. Der erstmal? Das gerade. Ach, das hat Stoßzahn. Ach, okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 Es wird überschneig. Und dann ist die da auch nicht so hoch. Wir werden da auch nicht so hoch gelevelt. so zimmer bei dem lieben Moops Moops, Moops kann man eigentlich auch mal auf die Stärkeren da hinten gehen Baulig keine Ahnung wo du stehst, Baulig aber es wird schon passen das Nasen putzen Hallo Mirko Wie geht's, wie steht's Alles klar Diese Angst, dass wir hier was verlieren Wo wollte ich mit Wallbands nochmal hin? Ja hier hoch Wo wollte ich mit meinem Lager da wegschnappe Nicht so nett Jupp jupp Sehr schön Findet gut Das ist doch immer schön Komm ich hier grad nichts zu machen Das ist ja denkst du Auch wichtig ist Wie geht's, wie geht's Ich hoffe, ich bin